Ja und Dominik, herzlich willkommen hier zur ersten Folge in Road to FIFA 15. Wie gesagt, das hier ist unser Team. Wir spielen momentan in Liga 3, wollen natürlich nochmal in Liga 1 kommen. Das Ganze mit Live-Kommentary, das Team habt ihr gesehen. Mal schauen, was wir so für Gegner kriegen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Hier ist unser erstes Gegner-Team in Liga 3 auf dem Weg zu FIFA 15. Ein BPL-Team, was auch so. Wie gesagt, ist schon wieder ein bisschen her, dass ich auch ein PC gespielt habe. Ich habe ja mit uns mit gewonnen. Auf der spiele ich eigentlich hauptsächlich momentan. Falls ich denn zocke, wie ist der Arbeit und so. Ja, wir haben sowas. Finde super an, ja. Und so, wow. Dann müssen wir uns auf jeden Fall mal konzentrieren. Auf geht's jetzt. Ach, leuchten. Das ist auch schon der Anschlusstreffer bis Lewandowski. Geht auf. So schnell zurückgekommen, hätte ich jetzt nicht gedacht, auf jeden Fall. Super. Eigentlich müssten wir mit dem Team auf jeden Fall ein bisschen die Gereinschaften. Das wäre lächerlich, wenn das nicht funktioniert. Ganz ehrlich. Ah, DK. Mann, da muss er rumlaufen, Spieler. Ja, den Ball hat er. Schöner Flick ab. Bleibt stehen. Einmal es gibt dann. Roulette, bis sie alle aussteigen. Zieht ab und da ist das Ding. Sauber, die Ball. So muss er sagen. So was erwarte ich von so einem Spieler, ja. Dass er das Ding auf jeden Fall macht. Oh, sehr schön weitergespielt von Müller. Den hat er gerochen, dass er mehr damit läuft. Lab ist eigentlich schnell genug. Er kann sich nicht durchsetzen. Er kriegt aber immerhin noch den Einwurf. Er geht zu Müller. Müller will ihn reinfangen. Und der zweite Angegnungsspieler. Ich hoffe, wir kriegen den Ball. Ah, schön auf Müller. Müller sieht ihn unten. Sieht ihn. Sieht ihn. Und da ist der Mänze. So macht das Ding. Zum 3 zu 2. Und da bringt jetzt das Mut. Yes, man. Und so lange wird der Gegner ein bisschen nervös. Man merkt, dass er direkt, wenn man schießt und den Abschluss sucht. Der will unbedingt das Ding machen. Aber was auch das war, weiß keiner. Ich renne jetzt mal lang raus auf Müller. Müller hat keine Anspielstation. Guckt erst mal. Sieht Lewandowski. Lewandowski mit einem schönen Dragback. Und dann sieht er da. Vehena. Vehena. Versucht sich durchzusetzen. Setzt sich durch. Und macht das Ding. Sauber, der Junge. Und da stört er den Torwart an. Er lässt sich nicht abkriegen. Läuft zur Eckfahne und lässt sich feiern. Vehena. 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 Ja, weg mit dem Ball. Auf Rode. Ja, so alles. Und dann Müller vertendet den Ball da im Mittelfeld. So was sag ich. Oh, jetzt ist dem Gehnerund durch. Äh. Komm schon. Zudenken. Zustellen. Oh nein. Das ist einfach so bitter. 90 Minuten. Wie man noch das 4-4. Und er guckt sich tausendmal an, als würde er irgendwie, keine Ahnung, da hat er das Spiel seines Lebens gemacht haben. Ja, und das Spiel endet 4-4. Schade. Schade, schade, schade. Wir waren lange Zeit überleben. Und leider können Sie nicht nach Hause fahren. Hier, bester Spieler, D-Pay. Bei mir eigentlich im Sturm alle eine gute Werbung. Nur unsere Verteidiger haben nicht so Gutes geleistet. Müssen wir mal schauen. Vielleicht stellen wir da nochmal um. Doch ich sag bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao. Und bye, bye. Bis zum nächsten Mal.